Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exodos. Ich darf euch schon mal vorwarnen, ich bekomme nämlich heute noch ein Päckchen und es wird wahrscheinlich in einer halben Stunde ankommen. Ich hatte jetzt aber keinen Bock noch so lange zu warten, deswegen werdet ihr wahrscheinlich die Klingel hören. Ja, wir sind hier glaube ich bei den Mudanshi, glaube ich. Weil ich glaube, ich meine, ich hätte mir das so gemerkt, dass Mudanshi hört sich ein bisschen aggressiver an als Modomo. Und Modomo sind, glaube ich, die Paramites und Mudanshi die Scraps, also die Umgebungen. So, ich finde es auch ganz gut, dass wir hiermit anfangen, weil ich glaube, ich finde das ein bisschen schwieriger mit den Scraps. Wir fangen, ich glaube normalerweise gehe ich erst in den Hintergrund und dann in den Vordergrund, aber wir machen das jetzt einfach mal andersrum. Oh nein. Das Beschissenste zuerst. Scheiße, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier besser ist, ob wir... Erst hier runter? Oder erst links? Kacke. Ist doch Mist! Wir machen erst mal das hier. Ich meine, normalerweise würde ich erst... Ja, ich mache normalerweise erst mal das andere. Naja. Okay. Das war sehr schlau. Achso. Kommt der jetzt mit? Ja, natürlich kommt der mit. Ich dachte, man käme dann einfach wieder raus. Ach man, das ist doch kacke. Okay. Ja, wenn man hier nicht so dum... Äh... Ja, komm schon. Ich habe das Gefühl, dass die beide oben sind. Ja. Ihr seid ganz schön schlau, wisst ihr was? Okay. Das hätten wir schon mal. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Wenn man jetzt bei diesem Brunnen nicht so beschissener landen würde, weil man landet ja quasi direkt davor. Vor dieser Geisterfalle heißen die, glaube ich. Geister... Dings. Ich habe jetzt Angst, da rüber zu sp... Okay, hat funktioniert. Das sah irgendwie so weit aus. Ähm... Wo kommt man hier hin? Nach oben. Das ist sehr schön. So. Da unten sind Fläschchen, wie man sieht. Die Frage nur... Wie genau kommt man da hin? Ähm... Aber... Aber... Ah, ich habe das gerade gesehen, wo es runterfällt. Das heißt, wir tun jetzt erstmal nicht... ...den... ...ähm... ...hebel da benutzen, sondern wir gehen erstmal hier runter. Ja, natürlich. Hm. Soll ich zuerst das Portal öffnen, wenn ich gerade direkt runterfalle, oder? Das war, glaube ich, ganz gut. Oh, joa. Kein Bock mehr daran. Oh, scheiße. Ich hoffe mal nicht, dass ich gleich Probleme habe. Ähm. Ähm. Das ist ganz schön viel, äh... ...Kram jetzt da. Also... ...wir haben... ...heute sind es hinten. Der hat einfach keinen Bock, da weiterzulaufen, ne? Ach. Egal. Ich bin gelaufen. Okay, dann halt nicht. Ich sollte vielleicht... Ja, ich habe halt Schiss, dass ich nicht mehr nach oben komme, wenn der da steht. Weil ich nicht weiß, was die Brunnen machen und ich weiß nicht, wo ich rauskomme, wenn ich da wieder zurückdüse. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den Brunnen und gucke, wo ich rauskomme. Da unten, okay. Das ist trotzdem kacke. Ja, das... ...das war klar, dass das passiert. Äh, Mann. Ich weiß nicht so genau, was ich hier tun soll. Wobei, ich weiß auch... ...üäh. Ich weiß auch nicht ganz genau, was der Hebel da oben macht. Was der Hebel da unten macht. Und ich sehe... ...drei Sachen in diesem Bildschirm. Zwei Türen, einmal... ...Fleischzeug da. Das Vieh ist nervend. Dezent. Wundervoll. Wundervoll. Das war, glaube ich, ganz gut. Konntest du... ...gehst du bitte? Der geht da nicht hin, der Pisser. Jetzt wollte ich nur gucken, was der Hebel macht. Boah, ist das ätzend hier. Was macht der Hebel? Das sind vier Sachen. Ich bin ja auch selten stämlich, ne? Aber so funktioniert's. Gut. Das ist gut zu wissen. Darf ich mir noch nicht so viel Zeit lassen? Dann sollte das eigentlich jetzt funktionieren. Ich hab halt echt nicht dran gedacht, dass ich den übernehmen kann, ne? Okay. Ich hab zwar gesagt, mitkommen, aber die hatten anscheinend keinen Bock, irgendwie. Das ist aber auch nicht ohne gewesen. Okay. Haben wir alle. 14 Arbeiter in der Brauerei. Soulstorm übrigens. Und bisher noch keine Opfer. Das ist sehr schön. Ich mein, da unten wird's nicht weitergehen. Und wir kommen hier oben hin. Und wir kommen hier oben hin. Das ist auch schön. So. Quick Save. Ganz wichtig. So. Jetzt müssen wir die Dings aufmachen. Und rein, 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 rein. Wunderschön. Wunderschön. Nummer 1 hätten wir geschafft. Da wollte ich gar nicht hin. Aber hier sieht man schon mal, Flamme Nummer 1 ist am Brennen. Dann machen wir hier im Vordergrund weiter. Gucken, wo wir hier hinkommen. Wo kommt man denn da hin? Ah, das ist mit Unsichtbarkeit. Und das weiß ich noch. Auch wieder hier über den Türen sieht man immer so einen moderaten Kopf. Und Hörner. Ich weiß immer noch nicht, was das hier unter mir, was das sein soll. Ob das wirklich aus Stein ist? Oder ob das irgendwelche Skelette, nenne ich's mal, sein sollen. Oh Gott, wie war das denn? Ach genau. Hier rüber und dann zerfleischt er die. Komm, mach kaputt. Kein Bock oder was? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht mehr, wie das mit der Steuerung ging. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht Dreieck, sondern irgendwie X oder sowas. Ich kann das ja gerade mal ausprobieren. Also ich habe dieses rote Dreieck-Ding gesucht. Da! L1 und Dreieck. Das habe ich gesucht. L1 und Dreieck. Und angreifen war dann, glaube ich, Quadrat. Glaube ich. Ich werde auf jeden Fall Quick-Safe machen, wenn ich mal wieder da oben bin. Na, also irgendwie will der manchmal meine Eingaben hier nicht annehmen, habe ich das Gefühl. Ist, ist gut, ist okay. Ist, ist gut, ist okay. Ich weiß nicht nicht, ob ich dich mit demnogischen Wie will der Fall kommt.